Paola Maria hat ein tolles Geburtstagsgeschenk von ihrem Ehemann Sascha Moda bekommen. Sie ist super happy. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Oh mein Gott, das ist er. Ich wusste, dass ich einen ganzen Tag für euch geheim halten. Eigentlich sollte ich das bis zu meinem Geburtstag geheim halten, aber ich konnte es einfach nicht, weil ich mein Geburtstagsgeschenk so früh bekomme, wo ich kein Papier esse. So süß, ich muss das mit euch dahin. Sag hallo. Oh Gott, oh Gott, ich kann nicht mehr. Stolz zeigt sie ihre neuen Welpen auf Snapchat. Der süße Vierbeiner ist Paolas zweiter Hund. Wie Brioche mit dem neuen Hund auskommt? Also sie hat ihn nicht angekläfft, gar nicht. Sie geht ihm so ein bisschen aus dem Weg, weil das für sie gerade alles so ein bisschen verwirrend ist. Aber es ist halt echt krass und ich kann es nicht glauben. Ich gucke ihn so an und denke mir so, oh mein Gott, das ist nicht meiner. Oder ist das nur ein Traum? Aber er ist so wunderschön und ich bin so glücklich. Auch einen Namen hat der neue Hund schon. Den durfte Sascha aussuchen. Wir haben uns jetzt für einen Namen entschieden. Cosly, möchtest du ihn sagen? Bianco. Sascha hat ihn nämlich ausgesucht, weil ich habe ja Brioche ausgesucht. Der scheiß ist weiß. Der ist kein Scheiß. Der süß ist weiß. Bianco. Bianco und Brioche. Bianco ist so süß. Wir freuen uns sehr für Paola. Gewusst? Paola wurde fies abgezockt und um viel Geld betrogen. Die Geschichte erfährst du im Link in der Infobox. Du willst mehr News zu Paola, Maria und Co.? Dann werde zusätzlich Fan von unserem YouTube-Kanal und unserem kostenlosen WhatsApp-Service. Den Link findest du ebenfalls in der Infobox.